Wir haben Dinge in uns gespeichert und ein homöopathisches Mittel kann nur das rausholen, was drin ist. Wir setzen mit einem homöopathischen Mittel nichts in den Menschen rein, sondern wir holen nur raus. Aber manchmal ist das, was rauszuholen ist, auch in Verkettungen da, in verschiedenen Themen da und da muss man weiter behandeln. Also nicht aufhören zu behandeln, bis irgendwann mal die Ruhe einkehrt. Ich war ganz unbefleckt, deswegen hat mich das auch behauptlich verwirrt, dass gleich mehrere Mittel gegeben wurden. Für mich war das ganz normal und ich habe einfach sofort gesehen, das funktioniert richtig gut. Also die klassische Homöopathie wendet ein Mittel nach dem anderen an und die kreative Homöopathie traut sich, mehrere Mittel auf einmal zu geben. Und der ausgebildete Homöopath, kreative Homöopath, kann das auch händeln. Was eben in der klassischen Homöopathie üblich, ein Mittel vier Wochen warten, nächstes Mittel vier Wochen warten. Aber wenn wir die ganzen Konflikte bearbeiten wollen, die wir einfach intus haben und die Zeit ist ja im Moment hervorragend, um viele, viele Dinge loszuwerden, dann wäre das für mich absolut verschwendete Zeit, da so langsam vorzugehen. Nicht wahr? Elektrosmog und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die hatten wir früher nicht. Der Hahnemann hatte die garantiert nicht. Na ja, mein großer Wunsch ist natürlich, dass die Menschen locker und lustig werden und das Ganze mit der Homöopathie hervorragend erreichen. Was funktioniert, ist richtig meiner Meinung nach. Also für mich ist die kreative Homöopathie der Weg, um sein eigenes Potenzial zu entdecken und um es zu leben. Und früher habe ich mir alles sehr schwer gemacht. Das war immer mit Anstrengungen verbunden und ich habe gelernt, das kann ganz leicht sein. Also für mich ist es nicht ein Beruf, sondern schon auch eine Lebensphilosophie, was da so hinter steckt. Und ich kann auch sagen, dass die Patienten, die zu mir kommen, auch oftmals wirklich nachher eine andere Sichtweise auf das Leben haben, dass sich für die wirklich eklatant was ändert, ganz oft. Also Langeweile werde ich in diesem Leben sicherlich nicht kriegen. Also das, was alles noch getan werden muss oder getan werden kann, das reicht schon für ein erfülltes Leben oder für mehrere.